Hallihallo, Hallö, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Portal 2! Diese Kratscherei ist doch eine wahre Errungenschaft. Genau. Und wieder mit am Start ist der Nero von Nero Spielstube. Ja, grüß Gott, servus. Und ja, los geht's. Warte mal, das ist bestimmt, ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen da oben rein, da durch und dann da irgendwie, ich muss mal auf. So wird es bestimmt kommen. Warte mal, äh, was haben wir denn hier? Ach so, die Kugel muss man auch noch hier reinsetzen. Ich geh mal kurz da durch, mal gucken, was hier passiert. Ne, gar nix. Genau, und jetzt kannst du... Setz mal deine, warte mal, stop, stop, ich komme nicht runter. Setz mal deine hier drüben dran, hier, hier, dahin. Und jetzt, da hin. So, und jetzt springen wir rein. So. Ah. Ich weiß noch lange nicht, dass ich dort ankomme, scheiße, warte mal. Wo ist es hier? Ach, hier, warte mal, hier muss ein Ausgang. Du musst, kannst du mir noch mal einen Weg nach da oben verschaffen? Ach. Von dort aus kannst du mir da irgendwie... Ah, super. So, Moment. So, ähm. Uah. Kugel kommt. Wunderbar. Super. Super. Ja, du musst schon da reinlegen. Wunderbar. Ihr habt den Sicherheitswürfel richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehr... Moment mal. Ihr seid hier gar keine Menschen. Keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Boah, die ist so nett, die Dame, ne? Wahnsinn. Gerade zu uns Menschen. Das ist ja fachastisch. Wahnsinn. Nächstes Level. Und das lustige ist ja, dass es noch viele, viele selbst kreierte Levels gibt im Workshop. Und mal schauen, wie das Let's Play also weitergeht. Oh ja. Ja. Wenn wir einmal die Story durchhalten. Erschossen, erschlagen, ertrunken, zerstampft, verbrannt. Verzeihung, ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ihr könnt so nicht sterben. Ihr absolviert nur einen Test nach dem anderen, mit perfekten Ergebnissen und ohne Konsequenzen. So. Okay, Moment. Jetzt müssen wir mal den Schalter drücken. Okay, das ist ein Timing-Spiel. Das ist gut. Das heißt? Das ist so. Ah, ja. Also, ich denke mal, ich denke mal, ich weiß, wie es funktioniert. Ähm. Pass auf, du musst mal hier einen Ausgang hin machen. Mach mal hier einen Ausgang hin. So. Und jetzt musst du wahrscheinlich, äh, jetzt muss ich hier einen Eingang hier unten hin machen. Und Dings. Und dann, wenn du da durch bist, wirst du irgendwann mal deinen Eingang unten hinsetzen. Und dann schleuderst du da vorne raus. Aber du musst nur sagen, wann, dann kann ich das zumachen. Wenn du jetzt hier reinspringst, wirst du auf jeden Fall immer von oben, wirst du immer weiter fliegen. Siehst du, das merkst du so. Du musst dann irgendwann mal sagen, wann du das machst, dann drücke ich das Ding. Ja, aber hier ist doch dieses komische... Na, warum machst du das nicht weiter? Verstehst mich nicht. Ich fliege zwar durch, aber ich kann doch nicht durchschießen. Ach so. Das heißt, du müsstest mir dann quasi hier einen Eingang machen und dann nachher hier hinten aufgaben setzen. Ach so, okay, dann mach, genau, dann mach du das machen. Aber du musst dann am besten... Ich muss auch den Schalter öffnen. Ja, ja, ne, mach doch jetzt doch mit mich. Oh Mann, ne. Egal, ja, okay, lass das mal zu wieder gehen. Ich weiß noch, wie lange ist das Portal hier dran ist. Den Ausgang musst du mich schon hier oben reinsetzen, Onkel. Ne, du musst jetzt deinen eigenen Ausgang reinmachen. Und ich setze dann einfach unten den Eingang, wenn du rüberspringen kannst. Meins geht weg. Das muss nur deins sein. Geht deins weg? Mhm. Mach mal Eingang und den Ausgang. Wir müssen das einfach mal... Genau, so. Du musst hier hinten den Ausgang hinschießen, warte. Kann da keinen Ausgang hinschießen? Hier, auf das Ding kannst du den Ausgang schießen. Das musst du nachher machen. Das geht doch nicht. Doch, mach. Ach so. Okay, ich hab's verstanden. Halt, ich stoppe hier. Genau. So, dann drückst du den Knopf, wenn du bei dem Knopf gedrückt hast. Okay. Wunderbar. So. Okay. Darf ich mit? Das gleiche mach ich jetzt. Nee. Mit dir jetzt auch. Ach so. Okay, dann mach ich mal. Ach, weißt du was? Ach, weißt du was? Nee, so fies bin ich nicht. Ich wollte dich erst ins Wasser stürzen lassen. Du bist ja schon mal gestorben. Du bist ja schon mal gestorben. Aber das war, das war cool. Jedes Versagen erinnert mich daran, wie es einst war. Doch da seid ihr, wieder da, ganz als wäre nichts geschehen. Was redet die da? Die mag uns nicht. Liebe Stimme mag uns nicht. Das ist... Okay, das heißt also, diese komischen, äh, blauen Schilde oder Tore, die unterbrechen einem sein, äh, wenn man da durchläuft, unterbrechen es sein. Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Gar nicht. Dafür reicht die Zeit nicht. Denk einfach, wie sehr du, Blue, überlegen lässt. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. So, jetzt musst du leider noch mal wiederholen, was du am Anfang gesagt hast, weil die Stimme so laut ist, und wenn du da redest, versteht man dich überhaupt nicht. Äh, ja, keine Ahnung. Ich bin grad baff durch ihre Sprüche, ey, das ist ja Wahnsinn. Okay, wir haben hier drüben wieder dasselbe Problem, wie wir grad eben hatten. Also hier muss auf jeden Fall wieder eine Kugel rein. Ich guck uns das erstmal an hier. Und hier unten ist ein Button. Okay, krass. Wow, okay, also hier muss ich jeweils definitiv stehen bleiben. Das heißt aber noch lange nicht, dass es irgendwie funktioniert, weil du kommst da nicht hoch da hinten, oder? Nee, kommst nicht hoch. Da kannst du aber rüberfliegen. Wie denn? Rüber da oben. Ja, und das ist das gleiche Problem, wie vor uns grad eben. Okay. Ähm. Dann muss... Warte mal. Dann muss ich mir jetzt den Ausgang hier hin machen. Und du machst mir jetzt hier wieder das Ding? Nee, wir machen das so. Du einfach mal, genau. Nee, warte mal, das wird's falsch. Nee, nee. Du darfst gar nichts machen. Achso. Stimmt. Hä, jetzt warte mal, stopp. Stopp, die Schilder, die Schilder hier, die unterbrechen doch die Schüsse. Wenn du da durchgehst, ist mein, mein Weg. Achso. Ah. Okay, dann flieg du mal. Hey, du fliegst? Ja. Alter. Ja, das ist alles gemacht. Ich bin hier auf den Knopf gestanden. Okay. Ah, man kann von da oben rein. Achso. Oh nein. Ah, okay, interessant. Okay, du musst mir nochmal den Ausgang hinschießen. Mhm. Also durch diese Kraftfelder geht gar nichts, alles klar. So, machen wir erst mal das. Du bist schon wieder durch das Tor gelaufen. Ah, Mann. Daran muss ich mich jetzt auch erst mal gewöhnen. Okay. Ja. Was ist, wenn ich so runterfahreste? Ja. Liegt's noch drauf? Ja. Haha. So. Genau, sehr gut. Das musst du mich hier oben abnehmen. Ja, komm. Das ist ja krass, geil. Ja. Du hast... Ja, warte. Ja, das ist so. Das ist geil. Ich dachte, das geht schneller. Aber ich verstehe. Ihr möchtet den Test genießen. Lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch davon abhalten. Trixig. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Hallo. Am ersten Teil bist du dann geflüchtet, weißt du? Am ersten Teil warst du ja ein Mensch, glaub ich. Und dann bist du dann geflüchtet aus diesen ganzen Dingen. Ah, okay. Wisst ihr noch, als ich sagte, ihr werdet die einzigen, die den Kalibrierungstest bestanden hätten, gelogen. Es gibt noch 5000 weitere Testteams, mit denen ihr in direkter Konkurrenz steht. Aber keine Sorge, ihr führt. Ist klar. Okay, also das heißt jetzt für uns. Wir brauchen wieder. Da oben. Da oben ist der Schalter. Oh, gleich das Spiel wieder, hier. Da, da. Ja, und du musst mich dann zum Schalter und ich muss dann erstmal raffen, wo der Schalter... Oh Gott. Okay, ich fliege. Warte, wo ist der Schalter? Hab gedrückt. Weil du musst dir jetzt wieder einen Ausgang machen. Hallo. Hallo, du kannst da nicht stehen bleiben. Das muss jetzt schnell gehen dann. Du musst... Ähm, hallo? Warte mal, ich komme hier wieder raus. Du musst dann hier hinten wieder... Boah, das muss ja dann richtig schnell gehen. Du musst... Wow. Das heißt, ich muss da dann wieder den Ausgang hin machen? Ja, genau. Und dann muss ich... Boah. Ach du Schei-Göße. Wo ist der Schalter? Ihr habt die Schalter. Jetzt. Aua. Okay. Ähm, Schalter? Aua. Wow, krass. Du warst zu langsam. Krass, der Mist. Okay, nochmal. Boah, 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 boah. Ah, ja. Abgedrückt. Boah. Leicht schlecht. Abgedrückt. Aua. Das geht gar nicht, du. Ja, oder? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Stopp. Ich mach mal jetzt hier einen Ausgang hin. Ach nee, das geht ja wieder weg. Warte mal. Das Prinzip war schon richtig. Ich muss einfach... Kann ich sprinten oder sowas? Nee, ne? Also ich kann nicht sprinten. Du musst am besten sagen, wenn du dich kurz bevor du durch bist. Oder? Quatsch. Ah, ich weiß es jetzt. Alles klar. Komm, geh rein. Ich sollte sagen, kurz zu vorsichtig. Ja, einfach bloß. Okay, bereit? So, noch. Ah, ich hätte drücken müssen. Ach so, ja. Ah, gut, ich hab Zeit. Okay. 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 Jongliertest beginnt in 3, 2, 1. Wie, was? Wir sind fertig. Oh, da geht ja die Dings kaputt. Stimmt, ich hab vergessen. Gar nicht. Es war wahrscheinlich nur so ein dunkler Babbeln wieder. Ach so. Okay. Wow. Oh, das war jetzt schon... Knifflig auf. Ah, aber... Ja, mir ist schlecht jetzt. Das nix mehr mache ich es wieder. Wollten wir nicht hier mal schnick schnack schnack machen? Stimmt. Oh Gott, ist das cool, ey. Ich habe den letzten Test nicht bis zum Ende mitverfolgt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Wisst ihr, wo ich war? Ich habe draußen ein springendes Reh beobachtet. Euch interessiert das, was draußen passiert, gar nicht, oder? Was machst du? Wie geil soll das denn aus? Guck mal, wie geil das aussieht. Pass auf. Ach, wie geil. Oh Mann, ey, wie cool. Wie geht es sich da oben zur Fensterd? Oh Mann, wie geil. So. Okay, wir haben hier wieder Sinn. Kriegst du zuerst? Meinetwegen. Aua. Ich glaube, das hätte weitergehen müssen. Okay, ähm. Ich glaube, du hast recht. Was heißt, du musst dann Eingang machen und der drüben Ausgang. Wie soll ich denn das machen? Dass dir was einfallen. Warte mal. Ist ja durchlaufen, ist ja Quatsch. Warte mal, dann... Mach ich das mal so. Machen wir den Ausgang und den Eingang dahin, bitte? Ne, warte mal. Doch, stimmt. Du musst nochmal. Ein Gang da. Ausgang da. Du musst. Ja. Du musst. Ja. Du musst. ach so dann das müssen wir nicht ja auch nicht guckst du mal ich kann ja schlecht hier sobald ich das schild kann ja klar aber ich schieße sich ja durch ja also hier aber wie soll ich das machen wenn ich durch die schild die dann die noch die die portale weg ja aber ich mache eingangs und ausgang ach so machen wir genau 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 jetzt bist du durch es war doch noch eingang ausgang so jetzt wie soll ich jetzt du hast du hast jetzt oben einen eingang und den ausgang wie soll ich das machen machen sobald ich jetzt hier einen eingang macht genau wenn hier ein ausgang ja und ich komme wieder zurückgelaufen die lecker genau dass ich bin drüben ach so ja und jetzt hast du trotzdem ein problem wieso mein eingang und meinen ausgang nur ganz kurz das ist ach nee stimmt doch passt alles klar jo ach so jetzt hast du bloß ein ausgang gemacht und du kommst du so nicht hier hoch ne du musst jetzt hier vorne eingang und bei dir ist bestimmt irgendwo was weiß wirst du ausgemachen können nix ja ja sehr schön ach so du kannst ausgang auch eingang nehmen so ok hier da wieder ein ausgang Bestand das. Erstmal probieren hier. Juuuuh. Okay. Okay, warte. Warte. Hui. So. Oh. Jetzt bin ich aber eingesperrt. Ich muss da drauf bleiben, okay? Hast du da drüben was bekommen? Hier drüben ist nur wieder so eine weiße Plattform. Okay. Was müssen wir überhaupt hier machen? Ich denke mal da oben den Würfel holen. Okay, den Würfel holen. Au. Au. Okay, wie kommt man da jetzt? Äh, okay. Äh, ajo. 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 Guck mal, da vorne ist ja gerade... Ja. Ja? Ich lass mich mal reinschießen. Was haben wir denn den Würfel? Hast du da oben eine Plattform oder was? Dann nehmen wir das mal ab, bitte. Ich hab da oben also keine Plattform. Ach so. Aber wie wären das, wenn du jetzt... Der Würfel darf da nicht... Ah, klar. Du hast eine Plattform da oben. Du musst dir den Würfel drauflegen. Ja, klar. Stimmt. Woll. Manchmal ist das so simpel, ne? So, jetzt könnten wir... Das ist gut nicht. Ah. Guck mal. Nee. Ich muss immer dran denken, durch die Wand wird das wieder ausgeschalten. Okay. Also das hier brauchen wir nicht mehr. Wenn wir uns jetzt reinschleudern lassen... Da könnten wir uns hier rüberschleudern lassen. Das bringt uns nix. Ihr fliegt da rein. Ja. Und wenn wir da drüben jetzt einen Ausgang machen, kommen wir da rüben rein. Hä? Ich bin gerade am Denken. Ist da oben irgendwas? Da oben sind auch zwei. Hier ist der Ausgang da hinten oben. Guck mal, die linke, die linke Plattform, die müssen wir als Retterpult nehmen. Dass wir hier rüber kommen. Ja, aber du kannst doch nicht durchschießen durch die Wand. Genau, deswegen müssen wir jetzt überlegen, wenn du dann Eingang und Ausgang machst da oben, ja? Hm. Und ich komme dann reingeflogen und fliege da hinten wieder raus. Genau, 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 genau. Okay, dann mach ich mal. Das heißt, ich teleportiere dich jetzt erstmal rüber. Ne, ich teleportiere mich rüber. Oder so, ja. So. 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 Ich mach hier einen Eingang, hier einen Ausgang und jetzt musst du rüberkommen. Genau. Ja. Wow. Okay. Ähm, ich habe da drüben einen Eingang. Ne, das ist alles weg. Ah, hier. Alles klar. Hier kommst du rein. Hier kommst du raus. Das war ja schon mal cool knifflig. Wenn sie stürmen, krieg ich mich noch nicht hin. Ach, keine Ahnung. Ja, ähm, stopp. Das war's, wieder mit dem Part. Ja. Part ist schon vorbei. Ach so, ja, gut. Dann war auf jeden Fall sehr knifflig. Und ihr seht schon, wo das Ganze hinführt, wo die Reise hinführt. Es wird verdammt knifflig. Und ich denke mir mal, dass wir vielleicht dann bei den späteren Parts sogar, bei den späteren Levels sogar mal mehrere Parts brauchen wir so ein Level. Kann ich mir so richtig vorstellen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Tschu.